Ach, ich bring mich gleich um, ey. Okay. Och, Mann, ist das gemein. Das gibt's gar nicht. Okay. Alright. Oh, gut ist. Die Güter, die Güter, Junge. Okay, mein Freund. Was muss ich jetzt hier machen? Was muss ich jetzt hier machen? Ah. Ah. Hm. Zick. Ne, irgendwie. Zick, zick, nicht. Und, eins, und. Nein. Passt, das passt einfach nicht. Das ist geil. Oh ja, das ist cool. Äh, mach ich denn jetzt? Naja, egal. Hm. Kräftig überlegen. Die Denkmummel anschmeißen. Und, wenn's nicht mehr weitergeht, schnappt die an Snickers. Was? Bäh. Ich weiß echt nicht, was ich hier machen soll. Ich bin gerade... überfordert. Was? Naja. Wollte ich dazu sagen. Ich glaub nicht, dass ich da unten nennen muss. Das ist mir schon... Das ist mir schon klar. Aber irgendwie... Irgendwas... Übersehe ich gerade. Irgendwas übersehe ich doch hier. Hm. Okay. Und diesmal nicht runter. Nein! Albern, ey. Schnell, 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 schnell. Schnell da hoch, mein Freund. Was ist denn hier? Nichts. Das ist einfach nur nichts. Zick. Was mache ich denn hier? Ich mache hier total den... Den Kautsalat, ey. Das ist total schlimm. Hm. Ich überlege, ich überlege, ich überlege. Was könnte man hier machen an dieser Stelle? So ist klar. So ist mir jetzt auch klar. Das ist mir auch klar. Dann darüber ist mir jetzt auch bewusst. Aber nicht so, sondern schräg. Nochmal schräg. Und da... Und hier war sie nicht. Da. Was weißt du alles da drauf hin, dass das irgendwie damit zu tun hat? Irgendwas muss hier sein. Und ich sehe es nicht. So ist es nicht geschehen. Ich habe hier... Hä? Habe ich jetzt ein Brett vorm Kopf? Ich verstehe das nicht. Was ist denn los? Oh, Mann. Okay. Okay. Zick. Boah. Hm. Hm. Okay. Und dann hier rüber. Okay, das verstehe ich auch noch. Dass ich da irgendwie rüber muss. So. Und dann hier irgendwie... Irgendwas. Und dann... Und dann. So. Nein. 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 Das gibt's nicht. Okay. Warte mal. Lange gebraucht jetzt. Jetzt. Jetzt kann mich das zwar aufhalten. Und nur noch den Wandsprung hinkriegen. Oh, Mann. Bin ich doof, ey. Das Offensichtlichste ist mir nicht... Offensichtlich. Zick. Der ist da unten eine Rundstunde rumgegurkt. Und dann hier oben, ey. Das ist ja... Unglaublich. Wie schlecht ich doch gerade bin. Okay. Einmal. Krieg mich schon wieder auf. So, nochmal. Ach, was ist blind, ey. Das gibt's auch nicht. Das ist so dumm. Das ist so dumm. Boah, das geht doch gar nicht, ey. Ja, oh, oh. Zick, 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 zick. Mann, Mamia, du. Ich habe schon wieder Kopfschmerzen. Ich habe schon wieder Kopfschmerzen. Ich habe schon wieder auf den Zähnen, hier. Das ist nur Wasser. Das brauche ich nicht. Ach, geil. Und Fledermäuse. Ich liebe es. Au. Schein' mir so ein Gerard. Oh, da kann ich nicht drüber. Das sehe ich schon. Das sehe ich. Da ist eine poröse Stelle in der Wand. Hätten mich wieder 10.000 Leute drauf hingemessen. Nöööööö! Aua. Schhh. Au! Wieder weg! Scheiß! Gott. Ich hoffe, ich bin gleich fertig hier mit dem... Ah nein! Okay. Und schwupps. Das war offensichtlich. Och Gott. Wie ist der denn jetzt gestellt? Die Perspektive ist mal wieder sowas von behämmert. Okay.